UNTERTITELUNG . Ne jetzt hat... Lukas zu und. Boah hast du Glückert. Ja was. Kommt! Abwehren, aber der Ball weiter... Ja, Renni, so geiles Schnittchen! Ja, dann wärst du im Abseits. Zieh durch, Lukas, frei! Und jetzt der Job! Ich zieh... Weh dir einfach alle! Flanke! Flanke! Ja! Boah! Das nehm ich auf, das schneid ich und ich verlinke die alle halt! Huuh! L2-Vieck! Schönes Ding! Alter! Lucky! Lucky! Dreifach Annahme! Jetzt! Schöner Versuch! Oh mein Gott! FIFA 11 Bats! Oh, sorry! Wir waren später so stockgesoffen, das ist so krass! Wir haben extra einen Transporter gemietet! Ja, lief halt! Ja, hier auf der Pizza war eine Geschichte, die ich nicht bestellt hab! Und dann haben sie's! Ja, dann wär das der Ausblick! Woher hast du?